Sind die Dame dahinten mit dem Hohen? Das hatte ich doch ins Würgen, oder? Ich gebe ihr ein Grandhorn. Ah, das ist so nett. Ich wünsche, dass mein husband diese gesehen hat. Er würde mich aufhören, ich weiß es. Ja, diese sind deine Hohen, sie würde sagen. Danke sehr, junger Mann. Geh das als meine Dank. 18.000 Yen. Yo, what? Oh, du bist der Junge vom letzten Tag. Schaut nach Gnise. Sometimes she leaves the house without telling me. I hope she's okay. I've heard that some person with a camera has been wandering around recently. I think that person was called a Paparad or something. The people in this district try their best to get rid of that person, but he just keeps coming back. Das war die Zwischensequenz, wo sie den Paparazzi jangen. I heard that he's often at the floodplain. Paparazzo, who's been snooping on Riese, maybe he knows something about Riese's disappearance. Okay, da gibt's sozusagen die Hilfe. Was wird hier, was ist das mit dem Gluing Board? Hey, dein Bruder steht drüben. I'm her biggest fan. I'm like diehard Reset. You are too? Uh, no, ask me anything you want to know. A real Reset fan like me should be able to give you the minutes of details. Oh, you just want like a status update? Well, nothing bigger than the bomb she dropped about taking time off for a little R&R. Your blog may have some hints about why, but, well, there are a lot of theories out there. It's a fan, I'm devastated, but I guess there's not much I can do about it. If you want more up to the minute info, shouldn't you be asking someone in the media or something? Maybe I'll send a letter through her fan club. Hm, wonder if those even reach her now. Seems like Riese had a lot on her mind. Perhaps you should ask around. I think I understand now how the paparazzi feel. Reset is so thin. If I saw her, I might take her picture too, but that's kind of a sneaky thing to do. If you did that in town, someone would be bound to see you do it. She wouldn't hang around long. Hm, paparazzi, they are really here? This is totally unrelated, but what language does paparazzi come from anyway? What a weird word. Ich tippe auf den. Hey, have you heard? Reset is coming to Inaba. I can't believe it. It didn't mean Reset. Inaba doesn't really seem like her kind of town, but wow, so exciting. Audina has had his own problems and not even idols are an exception. What kind of problems? Like I've been telling you, you're barking up the wrong tree. You wanna know what's bugging someone? You gotta ask the person herself or the people she's closest to. I don't think I could understand the problem. The pressure a performing artist is under. I'm not a fanatic or anything who would dig that deep into her private life. You gave her the group cross. Ah, wow, this is amazing, so perfect. I can only give you a dip to thank you for your work. Ointment type 3. I really am grateful. Pairing this up with the angel is sure to boost its luck power. Okay. Fertig. Really came. All the way out here. They aren't from around here. So they really stand out. We pretty much know each other face is around here. Okay, es gibt den Hinweis irgendwo bisschen Paparazzi, der anders aussieht als alle anderen. Du? Weiß nicht, huh? Du meinst die Leute, die schnappern und schnappern. I've been seeing an unfamiliar face around lately on Tuesdays. Thursdays, Saturdays and Sundays. I think he might have been holding a camera too. Maybe you should look for that guy. Das ist also an Tagen anbestimmt. Oh. Natürlich unlucky, I guess. Und dann... Debuff. Ich hier gelevelupt habe. Yes. Let's do it. Das sieht echt duierter aus. I am Kaiban. I am one with you. Please remember that. The star's social link infuses his power. They're being ugly, weirdos. Leveling up. Strength increased. Magic has increased. Endurance has increased. The current fusion focus conditions Mipatra can change. Allow Mipatra to change. Yes. Oh, what? Change to Aldous. Can't level up. Level one change. Dann ist es nicht so gut. You, what do you want? You feel your relationship with Ai is going to become closer soon when you spend the afternoon with Ai. Oh no. Spend time with Ai. Sure. I don't have anything better to do. Ai looks almost happy. Okina station, Krokofur. Today I feel like getting something that's easy to slip into. Also was entspanntes. Hmm. Doesn't look like they've gotten anything new in. I already have all, all of the things. Ok. Why do you buy so much? We have to come back. Stop complaining. Why do you buy so much? Because I hate wearing a uniform. That's why. Hey. Hey. Hey, I'm thirsty. Buy me an Eislatter. Let's split one. What? But I wanted my own. Oh well, I guess you'll have to buy grand then. Ai smiles mischievously. The lights are so mean. Oh Ai-chan, you're back again. Well, yeah. Are you looking for anything in particular today? Oh, we got a purse in that, in that just your style. The guys will be all over you. That's alright. I'm not shopping for purses today. Oh, is it your boyfriend? He's quite a handsome one. Are you gonna introduce him to me? I've had the worst luck with men lately. We were at the bar the other night. Sorry, we've been gotta get going. I'll be back. He can die anscheinlich leiden. Die Verkäuferin. He returned to the station. I hate salespeople. I'm the one keeping them in business. Why do they have to pounce on me every time I go in there? I should get rid of all the salespeople and put in vending machines. Press a button and out comes your clothes. That'd be kind of boring. I think so, but what's the point of all that pity small talk? I can see right through it. There's no such thing as a relationship without ulterior motives. Oh, then jede... Jede Beziehung hat irgendein Ziel. I look somewhat sad. I don't know why, but I got a little annoyed when she was talking about you back there. She said you were handsome. Good for you, I guess. I looks like she's routing. You feel like you understand I a little bit more now. Ranked up. I Abihara Munakana. Power Personnel has grown. If I can't do anything with Kanji, I'd do nothing. Ranked up. Let's go home, it'll be dark by the time we get back. Not like I have any reason to hurry. Und ihre Eltern scheinen sich auch noch zu vernachlässigen. You return to Inaba with eye and went home. Das suckt natürlich hart. Welcome back. Was ist hier drin? Small Bag of Wasabi. Äh, nein. Ich möchte nicht Wasabi anlecken. Oh, ich kann was mit Nanako machen. I'm going to... It's going to rain, so ein TV-Set, so... Why do... Ach so, ich brauche Expression. Wollte ich wieder was mit ihr machen darf. Ähm, regnet es jetzt schon? Nee, ne? Ich kann ein Buch lesen, weil ich heute nicht erschöpft bin. Read... Äh, ich habe nämlich hier The Beginners Fishing or The Punk's Way. Knowledge Expression. Ich glaube wir lesen lieber The Punk's Way weiter. Nein, wir können eh noch nicht fischen. Also von daher brauchen wir auch kein Fishing-Buch lesen. Okay. Heute regnet es. Bumpstart. Morning, Ben-Kun. Looks like it's going to rain all day, today. They said that it's not going to last until tomorrow, so I don't think the fog's going to appear, but... Be okay for a while. Are you worried too? Yeah. Stuff that's on the Midnight Channel lately is pretty rough, but we can't get impatient. We need to make sure we're ready and rescue her before things get completely out of hand. Ja, so ist das. So ist das. Fog will come after several days of rain. You must prepare her to take action, but first you need to gather information for Teddy. Gucken wir halt mal beim Überflutungskanal. Um... Irgendwas ist. Ich muss ein bisschen tun. Oh, it's going. Oh, you came to ask about Riese. Fotografer! Riese Kuchikawa! You're looking for information about Riese too? Well, how about this? Why don't we exchange information? You tell me what you know, I'll tell you what I know. People in the shopping district are making it hard for me to do any information gathering. Trade information. You decide to give him some information about Riese. She's different on TV. I think she's stressed. I think she's in this town. Is she... Yeah, that much I know. That's why I came to... I can't give you any of my information for something that obvious. When you get a hold of anything real, then we can talk. Seems to know some other things about Riese. Maybe we shouldn't cry for it. Trade information. She's different on TV. Hm, as I saw, to be honest, I used to do a little digging into Riese. in his private life. I was surprised to discover she's totally different than on TV. We'd never recognize her in real life. Though, when you think of an idol, you should honestly just assume manufactured personality too. He seemed to know some other things about Riese. Maybe we should go further. I think she's stressed. So, she's worried about something, huh? Maybe it had something to do with... No, actually, she's probably just worried about the TV coverage regarding the shocking hiatus. I'd heard that Riese was getting tired of her meta personality. The real me and the different me who has to act like an idol. She couldn't stand living two lives anymore or something like that. Well, you didn't give me anything new, but thanks for the information. I can at least turn this into something. If you put together the information I've already gave you, it seems that Riese was acting as a manufacturing personality and she was worrying about her real self and her idol self. She was surely worried about her true self. You seem to have gained some insight regarding Riese. You should report to Teddy. Okay, very good. Confirm the situation. It's really annoying. We knew exactly who the culprit would target next and yet. What's done is done. We got no choice but to go in. But man, the midnight channel is becoming a mess. Let's hurry and rescue her. I'm sure we'll be alright if we work together. Enter the TV. Let's go. Hey Sensei, you look like you found some clues. Did you find out more about this girl, Riese-chan? Mhm. Her real self. I see. She's just like me. That delicate sentimental type. Then... Mmm. Ah! There's something out there! Is this it? Did I find her? Follow me! Follow me! Follow him! Ah, have we now found the club? What is this place? It's all dark. Wow! Is this a... Oh, like the kind you always find in resort towns. Oh, I think you're right. Uh... Oh... Oh... But we don't have one. Our inn is not like that. Aha. Ja, ja. Ne, ne. Euer inn is bestimmt nicht so, so wie du reagierst. Nein, nein. Huh. So this is a strip joint, huh? Strip? Haha, I know what that is. It's the thing, Zebras have, right? Genau, Teddies. Genau. Hier kommen gleich Zebras rausgelaufen und tanzen um uns. Oh. Strip. Like a zebra, right? Heh, heh, heh. Right? It's so bright here. Even with the glasses on my eyes hurt. Mhm. Doesn't anyone get the joke? Okay, let's try one more time. Strip. It's something Zebras have, heh? Haben wir verstanden, ist noch nicht lustig, Teddy. Can anyone shut this thing up? Hm? Zebra? Sorry, what are we talking about? Sie hört einfach nicht zu, sehr gut. I... I won't say it again. Let's hurry on. Ah, Teddy. Armer Knuddel, Teddy. We have pinpointed Reese's location. All that's left is to rescue her. You should prepare well to make sure the rescue operation goes smoothly. Let's messen wahrscheinlich bisschen level upen. So. Let's do it, Senpai. Add to party. So. Add to party. Add to party. So, wir tryen das jetzt mal. It's still alright. It doesn't seem like the fog will clear. We got proof. The proof is my good old nose. It hasn't been so good lately, but that's beside the point. Weil wir... ...müssen ja sowieso hier mal irgendwie... Ne? Good luck. Also, wir sind sowieso schon im TV, also können wir jetzt auch hier ein bisschen reinleveln und ein bisschen reinfighten. Mal gucken, was wir hier so sehen. Ne? Das ist natürlich sehr angenehm. Das ist natürlich sehr angenehm. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja. Ich muss sogar fast sagen. Wir nutzen alle Elektro- und Felician, oder? Ja. 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 Ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Okay, hier ist ein Ende. Ich bin weit von über den Kürten. Du kam! Oh, okay. Ich bin bereit für alles. Oh. Oh. Are you ready, Sensei? Open the Kürtchen und enter. Yes. Let's try. Es ist mein erstes Mal. Bitte, bitte. Ich bin auf die Lichter. Ich bin auf die Lichter. Okay? Oh, ho. Wir müssen... Woah! Ist das direkt ihr Boss? Stagnant Air? Sie sind... Aim und Stabilität hoch. Increases Part of Defense. Part of Defense abfinde ich ein guter Einstieg. Und... den... eventuellen Bossfight. So... Zweifel, dass ich den paniken oder silenzen kann, ehrlich gesagt. Wenn du wärst... Mal, Wind aus. Den ist nicht die Schwachstelle. Probieren wir Eis aus. Eis ist auch nicht die Schwachstelle. Virus Wave. So... Probieren wir Elektro aus. Auch nicht. dann fehlt feuer noch probieren wir vorher aus feuer scheint schwach kommt man wieder zu sein so probier mal aus ob ich ein zeit als gar ich glaube es nicht ist aber es geht wieder wochen hart unfair wenn man bosse glaube ich sagen es könnte anfühle nicht ausprobieren habe ich glaube ich das noch ein schwachsteller haben wird aber nicht kann aber hier trotzdem schon zu junger drauf machen glaube ich wenn die fans da und aber hinkriegen können wir brauchen eigentlich die schwach machen weil ich hier einen Freak kriege. Und ich kann der Titania, die Slide Damage, Moderated Restores, nein, Lamia, Medium Fire Damage, das soll ich vielleicht eher nehmen. Das wird deutlich besser zum Beispiel, Agilao, also sollte ich lieber Lamia einsetzen. Eigentlich suche ich jetzt gerade die Heilung. Nope. Patra ist es, ja. Patra suche ich, um Yusuke zu heilen, damit er nicht mehr im schlechten Zustand ist. Fight, Fight, Fight! Stepbonus, Dia, was brauche ich denn hier? Ich hoffe nicht. Probier mal einen Power Slash. Wir können aber auch hier buffen, das ist glaube ich besser als hier meine HP reinzuwerfen. Aim ist das Pendelbild. Er macht's direkt wieder. Ich glaube schon, dass die beste Variante ist, wenn er nicht stark dagegen ist, einfach mit den Elementen vorzugehen. Wir wollten aber hier Lamia war es mal einsetzen. Und den Medium Fire Damage benutzen. All week dagegen ist. Es ist runter! Alles klar, Leute, Piloten! Los geht's! Ich weiß nicht, weil es Poison nicht einfach reduziert und Damage macht. Äh, den Damage reduziert, meine ich. Reduziert und Damage macht. Ich meine, Prozentualen Damage macht. Ich bin ein Vollidiot, ey. Wir haben einen Defense-Up gemacht am Anfang, ne? Wir können es trotzdem schaffen, glaube ich. Und jetzt diese Stage. Ich glaube nicht, dass es der richtige Boss war. Hat nichts gesagt und nix. Ja. War nur jede Menge SP. Aber wir wollen nur einen Zwischenboss wenden. Hm? Oh, und ich sehe das immense Gefühl des Desappointments. Ich habe noch nicht eine Chance zu wählen. Ich habe noch nie geklappt. Ich habe noch nie geklappt. Lass uns einfach nach Hause, Sensei. Das geht doch nicht weiter. Ein Chewing Soul kriegen wir hier einfach nur. Ha! Ist das vielleicht einfach direkt zur nächsten Ebene? Ha! Kommen wir wirklich direkt zur nächsten Ebene? Das ist ja ziemlich, äh... Good evening. Es ist mir, Riese Kuchikawa. Why don't I tell you all your fans a little about myself? What's this? What's she up to? Hm, what should I talk about first? Never mind. Maybe some other time. Blame! My ideal guy. Hm. I guess someone that's kinda clean. Oh, looks don't matter that much. I actually don't really like handsome looking guys. I mean, it's what's on the inside that really counts, right? I see someone's inside are important. But I am all empty. So, we sind auf Stufe 10. Da ist noch eine Goldhand. Gib mir die Goldhand. Ich will die Goldhand haben. Okay. Was war der Schwachpunkt von dir? Wissen wir nicht. Probieren wir mal Elektro. Okay. 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 Elektro ist nicht Feuer. Wir können das probieren irgendwann mal. Ähm. Moment. Wir können aber... Ich kann gucken, ob wir den Paniken können, dass wir uns hilft beim Angreifen. Oh. Weil die Ego-Einkrieger natürlich nicht gepenigt. Aber der ist gepenigt. Der sollte jetzt... Der Käfer sollte jetzt seine Viecher mit angreifen. Äh. Wird sich wir sehr wohl nicht für ihn interessieren? Ne. Wahrscheinlich wohl nicht. Leider. Leider. Und gegen Rampage... Gegen Physical waren die Käfer immer relativ immun. Ja. Perfekt. Oh, die haben sogar noch reflekt. Okay. Reflektieren ist nicht perfekt. Das, äh. Suckt dann doch irgendwie. Das zackt dann doch irgendwie. Mach mal erstmal hier. Fake lane. Ach. Wir missen. So ne Schisse. Oh. Die haben grad... Die haben grad den... Yo. Das find ich ne gute Option. Acht mal. Acht mal auf den, der gepanigt ist. Äh. In Attack Up. Das ist ja nett. Aber ich hätt nen Defense Down machen sollen. Defense Down hab ich jetzt nicht gemacht. Das war nicht ganz so smart. Ich glaub der hat den WRP. Uh. Critical. Nice. Dann machen wir nochmal auf den Gnockdown. Das war den Jungs zuerst totkriegen wollen. Ach. Nicht waste man. Ich greife deine Mates an. Kacke. Warum das Yuki daheim, weil ich Yuki nicht haben will. Ganz einfach. Komm mal runter. Es geht nicht runter. Es geht nicht runter. Oh. Das ist auf alle. Das ist auf alle. Lami. Ich brauch dich mal. Lami. Ich brauch dich mal. Aufrost Defense Returns. Und ich würde mich gerne selber erstmal. Spiel. Ich versuche mal wenigstens einen zu kriegen. Weil die kann sich eh eh kann. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Ich schaff das. Nee. Trigger doch jetzt nicht alle durch. Jetzt finischt der Käfer die Hand für mich. Oh. Das hättest du halt. Oh man. Das hättest du halt nicht wirklich ein gefährlicher Kampf. Deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt die Items verwenden. So. Du bist am Kritten häufig. Deswegen hier wirst du zuerst nicht mehr gealtert, sondern wieder verjüngt. So. Powerflash. Die HP gibt man trotzdem aus, oder? Nee. Die HP gibt man auch nicht aus dafür für die Attacke dann. Tatsächlich. Oh. Beat has recovered. Nope. Das zackt. Das zackt. Das zackt. Oh. Und dann treff ich nicht. Dann geht's durch. Dann treff ich nicht. Ähm. Aufhaus Defense. Ich hoffe, Yosuke kommt dran und kann wieder paniken. Yosuke ist recovered. Sehr schön. Äh. Ihr Panik bitte nochmal. Du magst Best Girl einfach nicht. Ich mag Mary lieber. Die ist okay. Was ist das? Yosuke hat gar nicht mehr Hilfe. Aber ich finde viel... Hilfreicher. Das ist aber die Aussage, glaube ich. Ah, Ella ist der Tag. Der hat ja eine super starke Physikal. Mega gut. So. Dann machen wir dich platt. Ach. Come on. Er kann trotzdem escapen. Ach. Man. Er kann trotzdem escapen. So. Dann probieren wir jetzt nochmal Feuer. Aber jedes spielt anders. Man will ja nicht einen perfekten Pfad folgen. Auch Best Party Member. Aber wofür braucht man Yosuke? Der ist mein bester Kumpel. Ja. Den nehme ich mit. So. One hand disappears. Da kann ich gleich einen Speed Bonus. Und wir haben einen Money-Up und einen XP-Up gekriegt. Für eine Goldhand. Für zwei... Ne für eine Goldhand. Eine Goldhand. Leider Gottes. Aber Money-Up und XP-Up macht dann schon einen Unterschied hier. Holy Shit. Ich mag Yosuke einfach. Vom Charakter her. Tatsächlich. Ist ein guter Freund. Ich glaube, wir müssen uns Rakshara zurückholen. Weil wir den Star... Ah. Und wir füßen Aeon zum neuen Aeon. Deswegen ist das relativ okay für mich. Wir verlieren da keine Aeon... Keinen Aeon-Link. Ich bin Sati. Ich will dir was Power I can offer. Ich will dir was Power I can offer. Sehr schön. Gib es mir. Blablab. 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 Damit landet die Arama. Ich glaube, der Name geht hierher. Aber ich bin nicht sicher. Auf die Kürtchen und auf die Kürtchen. Ja. Schau mal was jetzt hier passiert. Hier ist es! Schau! Der echte ist auch hier! Schau! Mhm. 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 Sie sind alle auf die Kürtchen. Alle Augen sind auf mich jetzt. Ne, nicht ganz. Stopp! Oh, was ist das? Du willst dir deine Sachen zeigen, oder? Wie ist das? Was? Bitte stopp das. Oh, sie will mich stoppen. Stopp! Das ist so lustig. Sie mag die Seite davon nicht. Als ob das sogar zu nahe, was du wirklich denkst. Du kleine Skank. Du bist ich. Und natürlich bin ich dich. Nein. Das ist nicht wahr. Komm schon. Schau! Du kannst deine Augen wegziehen. Das ist ich. Das ist, wer ich wirklich bin. Nicht, wer ich wirklich bin, aber... Nicht Rosette, die falsche Celebrity. Schau! Die Mädchen direkt in fronte dir! Mhm. Ich bin zufrieden, zu sein. Einem Airhead-Klischee, die zerbautet, alles, was sie getötet hat und es alles mit einem Schrei. Rosette? Wer in der Hölle ist sie? Es gibt keine solche Person in diesem Welt. Oh, okay. Sie will selber mehr bestimmen. Das ist wahrscheinlich das, worüber es eigentlich kommt. Ich bin niemand, aber mich selbst. Komm schon, schau an mich! Sie will allen Leuten zeigen, wie sie wirklich ist und nicht dieses, dieses Fake-Ding. Das ist nicht. Ich... Okay. Und das hat sich hier sehr... ...protest gemacht. Ich werde es alles zeigen. Lass meine nackte Wahrheit in deinen Gehirn werden. Stopp! Stopp! Du bist... ... 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 Die hat einfach mal eine Satelliten-Schüssel als Gesicht. aber sie ist in ihrem schatten von mir auch sehr nah an sich selbst dran das wird schwierig Ja, ich war auch so. Oh Mann! Oh, du wirst die Szene rutschen? Was ein schlechtes Gäste! Vielleicht hast du eine Erfahrung, die etwas mehr intenser ist! Äh, okay, ähm... Testen wir doch mal Elektro-Schwäche, wenn wir schon dabei sind. Ist es schon mal nicht. Testen wir doch mal Windschwäche. Auch nicht. Testen wir Eis-Schwäche. Nein. Hm. Dann probieren wir mal physische Schwäche. Nee. Oh, die macht Feuer. Und ist nicht eisschwach? Hm. Der Feuer noch nicht bei ihr selbst probiert, ne? Instacles werden nicht gehen. Dann probieren wir halt Lamia und Feuer. Aber vielleicht hat sie auch gar keine Dementschwäche so richtig. Oh, aber Feuer macht... Holy, ist vielleicht auch einfach Lamia. Die macht ultra viel Damage. What the heck, ey? Panic, Silence, 95-Stat-Bonus. Ja. Wir gewinnen nicht viel. Wir haben jetzt jede Menge Skill-Punkte. Da können wir auch einfach Skill-Punkte machen. M-Page, score... Umfohlen. Mabuch machte keinen Unterschied. M-Page, score... B-Hu und Mabuch machte keinen Unterschied. es verwandelt sich noch oder kommt mal sagen eine davon wird mindestens gegen feuer sein einer von mindestens wikin volles was hier in dem fall klar die krise ist auf die fans von der vertreten man die fans dauern das müssen mich auch auf bossen funktionen zwischen zwischen und das müsste dann eigentlich auch dagegen helfen also dass wir uns damit machen ich habe den boss dann nicht hier mitgenommen wenn ich jetzt weiß ich die feuer damit sehr viel macht ach verfehlt shit maragion kann ich sie vergiften das dauert hier eine weile ok gift geht nicht ich müsste glaube ich garten lassen gegen sie tatsächlich sie muss ich permanent garden weil sie sonst ein schwachpunkt wird dass der gegner one more text jetzt habe ich einen kritiker abgefragt das bildetren bin ich gar nicht witzig also ich habe mich gerade 30 hp abgezogen und sich hinzugefügt oder oder waren das sp ich bin auch sp gewesen seien tatsächlich aber es werden sogar sp gewesen sein gemisst das sind so gute antwort gewesen gar nichts mitgenommen und was kann die bildet ist auch fully analyzed ok in der ritz jetzt oder kann sie verbessert deutschen die fans gewürtet werden wir eine zarte hier machen würde ich bald probleme kann ja dem wirklich nichts anderes machen außer bei den reihen gerulern attacks won't connect die fans gewürtet maguro das war dann gegardet ich wollte jetzt irgendwann die stat-bonus auf ihr und nehmt oder in der hit evasion, rampage, darkness, low chance of instant kill, fruant pull firebreak fire boost physiker text regenerate media rampage ich hab nichts mehr was die gegner step bonus ist weggenämmt leidfeuer dem spiel werden wir schon mal hier könnte ich sie perfekt einsetzen sieben alle frei schon mal dies mit dem feier dann müssen man vor einer die schau media und counter dort für sich mit der karte für sich damit vor uns alle sati wird in jedem fall einsetzen es hat physical und racunda glauben was gegen das feuer und alle frei einzusetzen ist relativ smart in dem fall ich glaube ich würde die jahre mal weniger auf mich wobei er hat noch dran 11 hp ist nur weniger aus niedrigsten hake physical damit wird halt kein physical der menschen machen so wie ich das gesehen hat zumindest tatsächlich ist jetzt keine anzeichen gemacht irgendwelche die menschen zu machen der text und connect ist immer noch ich muss also durchgarten weil wir sogar wieder aufhört ist ein bisschen die frage ich müsste mir total egal sein weiterhin monat und gar nicht halt durch die Wind macht sie auch noch. Huh? Was ist das Problem? Unsere Anfragen machen keine Dämpfe! Verdammt! Es ist wie, es antizipiert unsere jede Bewegung. Ich bin komplett nicht nötig. Was die... Diese Kraft! Ich denke, es schnappt uns! Oh, das ist nicht gut! Wenn du sagst, nicht gut, was genau das bedeutet? Wahoo! Analyse ist komplett! Okay, hier kommt mein Counterattack! Mal sehen, ob du ihn schlafen kannst, hm? Stopp! Was macht Teddy jetzt? Juki, du bist gar nicht dabei! Halt die Klappe! Nein! Ihr könnt euch nicht sterben! Was kann ich tun? Sensei! Ja, deine Persona! Geht auch dafür! Help us! It's up to you! It's up to you! Ja, das ist die Einstellung, Teddy! Let's go, Teddy! Am I going to be all alone again? Nein, wirst du nicht! That's not what I want! Shit! It's winding up again! Jep! I... Komm schon, Daddy! Okie dokie! Here we go again! Goodbye! Forever! Ach, halt die Klappe! Oh, shit! It's coming! Oh, was machst du jetzt? Machst du jetzt? Machst du jetzt n' Shield? Mein Körper bewegt sich selbst! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! I think I'm going bearserk! I... I'll do it! Take a good look! At Teddy's last one! Teddy! Go for it! This high energy reading... Is it coming from that weird thing? Teddy! Teddy! The hell are you doing? Teddy! Let's go! Oh! Ich mag Teddy immer noch sehr gerne! Teddy's cool! Oh! Ist das schon der Boss halt vorbei damit? Teddy! Oh! Oh, Teddy! You idiot! You could have died! Das war... Knapp! Did I... Did I help? Yes, äh... Hast du... You didn't just help. You saved our lives. Neat! I'm so glad! I didn't want to be alone anymore! Oh, Teddy! Oh, Teddy! Wha... What in the world? No! My fine silky fur! I was so proud of it! Ah! Looks like he's gonna be just fine. I guess. Rise-chan! Where... Am I... I'm sorry. It's all my fault. Hm. It's not your fault. You can't go now. It's not your fault. No. It's still something that I did. Yeah, kind of. Aber... Wir haben alle haben solche Probleme. Here. Stand up. Oh, sie hilft dem Schatten hoch. I'm sorry. You must have been in a lot of pain up to now. You're part of me. But I kept refusing to admit you existed. I was trying to figure out who the real me was. But I realized now that I was on the wrong track. There is no real me. It just doesn't exist. Es gibt immer mehr Facetten von einem. There is no real me. You, me, even Rosette. They were all born for me. All of them are... me. Yup. Unterschiedene Facetten einer Persönlichkeit. The strength of heart required to face oneself has been made manifest. Oh! Der hat wirklich einen Satellitenkopf. Rise has faced her other self. She has obtained the facet use to overcome life's hardship the persona Himiko. Research on! Careful! I'm alright. Hey, you're the one who came to this store, right? Yep. Unter anderem. Oh, yeah. And these guys came with me. You briefly introduced yourselves. I thought I recognized you guys. Thanks, everyone. We'll explain everything later. But for right now? What's wrong, Chie? We're missing Teddy heaven. There's no real me. Oh, oh. Okay, this Teddy riot. Hey, Teddy. Oh, oh. Oh, oh. No, get back! Something's coming out of him. Oh, oh. Real? Me? Oh, oh. Noooo! Teddy! T-D-Don't tell me. Is that the other Teddy? Teddys hidden thoughts? Ich glaube so, aber es scheint, dass es mehr gibt. Ich fühlte, dass eine gewisse Presence interveniert wurde. W-W-Was ist passiert? W-Wow! Die Wahrheit ist unabhängig. Sie wird immer in Fug schraubt. Obwohl du durch die Schraube und die Schleuchung etwas bemerkst, hast du keine Möglichkeit, dass es die Wahrheit ist. In welchem Fall? Warum? Welche Szenen ist da in der Wahrheit für die Wahrheit? Und dadurch, dass man nie sicher sein kann, dass man die Wahrheit gefunden hat, wo es welchen Sinn hat, es dann nach der Wahrheit zu suchen. Okay. Klampe deine Augen. Liebe dir selbst. Lebe in glisslicher Ignoranz. Es ist ein viel schmerzerer Weg, zu existieren. Okay. Und man sollte sich lieber selbst belügen und alles fiese in der Welt ignorieren. Und das wäre viel schlauer, so zu existieren. Finde ich nicht. Aber es könnte sein, dass er einfach die Wahrheit von seiner eigenen Welt schon weiß und sie ignoriert mit Absicht. Du machst es einfach schwierig zu klingen, weil ich nicht so smart bin. Wie verrückt! Vielleicht kannst du es nicht sagen, aber ich denke so hart wie ich kann. Es sind die Effizien, die ich sinnvoll kenne. Und du nicht? Und du nicht? Aber du kennst das. Du kannst es einfach nicht akzeptieren. Also kannst du eine alternativen Formen finden. Eine Dauer der Natur. Du hast keine verlassenen Erinnerungen. Wenn du nichts vergessen hast, ist es diese Wahrheit. Das ist... das ist eine Lüge! Die nächste Boss fällt an mit... Du... du bist nicht ich! Ich spreche es euch für dich? Du bist aber nur ein Mier... Ich sagte zu mir, zuhören! Mhmmm... Oh, dann kann ihn das nicht verletzen! Es ist das Gleiche für euch alle. Du verfügst dadurch, weil du deine Suche für die Wahrheit. Diese Welt ist veröffentlicht mit tiefen, schweren Fogen. Wie kannst du etwas finden, wenn du nicht wirst, was du suchen? Die Wahrheit muss existieren, es gibt einen Weg, um sie zu finden. Und so, du möchtest mehr Schmerz auf dich selbst. Es ist außer meiner Verständnis. Und ich versuche dir eine Wahrheit. Du wirst hier alle sterben. Du wirst die Wahrheit, nur um die Todesmacht zu finden. Dann, wie müssen wir so etwas wie das ohne Teddy kämpfen? Es ist alles klar. Geh bereit, alle. Hey, nicht erzähl mir, dass du mit uns kämpfst! Du kannst es nicht nehmen! Ich bin okay. Ich sollte das Beers Platz nehmen. Es ist mein Stand, dich alle zu erraten. Wie geht's? Deswegen... okay. Das nächste Teil ist ...